14 Punkte habe ich jetzt. Also 14 Punkte. Ja, also Bocken, Doc. Wie viel brauche ich denn für mein nächstes? Das ist ne gute Frage, Alter. 3 mal 128, 20 brauche ich. Puh, 4 und 6, ich will jetzt gerade verarschen. Wie viel hast du denn gekriegt? Hier steht gerade angegeben nur 4 Inherenzen verfügbar. So quasi nach dem Motto, ich habe gar nichts gekriegt. Deswegen sagte ich, die wollten mich wahrscheinlich gerade verrollen. Was zur Hölle? Was ist was zur Hölle? Ich habe gar nichts gekriegt. The fuck? Jetzt muss ich aber erstmal kurz trotzdem... Nee, kann ich ja hier klein machen. Wir machen Inventar... Wie ist das zweite Ding? Irgendwas mit G, ne? Was? Irgendwas mit G, wo ist die andere Waffe? Quell oder? Ah, nee. Moment. Ich brauche... Auch nicht ein genaue, ne? Die hier. Ich hab's, ähm... Dingsbums. Ähm... Clan Chat... ...gelinkt. Die Branche noch. Da hab ich... Ah, du mal Pilot. Weil mit deinen... Mark... Dingsbums brauchst du ja nicht... Äh, die Branche gar nicht bauen. Ich verkauf nur schnell ein paar Mark Zwerer. Ich kann... Ich... Ich kann nichts verkaufen. Ich hab ja nichts gekriegt. Nee, ich verkauf noch schnell das Zeug, was ich gekriegt hab. Den ganzen Mark Zwerer... Den ganzen Mark Zwerer schrott. Ja, ich baue auch oben meine neuen Triebwerke ein. Ja... Ja... Sagen wir uns zu weit, bis der Mensch starten kann. Ja... Gut, ganz starten. Wieder Kaios Rast. Jaja, das hat Schwur. Ja... Mach du mal Pilot. Das ist planisch gerade. Und nur darauf, dass du losgehst. Ich hab auch mal die Primärwaffe gewechselt. Ach, aufs ja... Giftdings. Nee, äh... ZG Apoch 3. Mit 44% mehr Feuerrate. Ich sollte auch relativ schnell durch die Gegner bestehen. Wenn du's rufst. Und schaut mal darauf, dass wir das lädt. So. opted bringen. Ist, oder? Wo? Wo denn jetzt Clouds sind? Nicht vorhanden. Dann fliege wir erstmal zur Argel-Hinnstation. also ich habe auch keine missionsanzeige ja irgendwie ja ja das ist auch nicht außer dem ganz anderen dreck das war nicht schön die mission einfach nicht wir haben besuch ja die mache ich mal schnell platt dann gehe ich auf die raketen batterie ja ich habe es gerade gemerkt ja ich habe zum brauma wechseln sollen hoffentlich gibt es jetzt wenigstens kleinen queller sonst nehme ich mich mehr ganz so nervig ja öffentlich und lasst mich doch mal in ruhe hier jetzt kommt der Ferber Hull ruptures persist Omnis on site stat Wir brauchen unter der Basis, da geht ihm ja nicht mehr auf den Sack. Lass gleich über die Basis gehen, weil die Lüfter bis oben ist. Schweiß! Höflich kann man das Ding jetzt einigermaßen vernünftig abschließen. Ah, da flitzt gleich durch zum Dings. Ah, der macht gerade Richtung End-Boss hier. Ja. Der wird dann bestimmt gleich abhalten, wenn er keinen Queller kriegt. Oder keine Waffe. Oder nicht die, die er mag. Weißt du, stell dich bloß auf. Du bist so cool. Oh. 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 Ich muss sie nicht mehr wissen. Ich muss sie nicht mehr wissen, dass ich sie nicht mehr wissen. Ich habe das andere. Ja. Ist egal, ich muss sie sowieso. Ich bin derjenige, der jetzt schrotten muss. Elektrische Hazardungen müssen sich verabschieden. Das ist das Problem mit Missile Batterien. Sie sind mit Explosiven. Kuck-Off guttet den Platz. Moving on. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Boom, ey. Ich kann mal dasять. Ah, ach ach. Schöne. Ah. Mein Säuer ist kaputt. Ich fliege nochmal zum Drogendock Wie ich das mag Also wissen wir, wenn die Mission im Eimer ist, können wir gleich gehen Ja, weil wenigstens ein paar Flieger hätten da gewesen sein müssen gleich am Anfang Wäre ja zumindest hilfreich gewesen, wären wir Dingsbums Wenn wir Missionen hätten abschließen können Oder bliebez Wir brachen die Brücke Wir brachen du dich Komm schon Wir brachen Wir brachen Über mich. Achso. Ich wähle am besten gleich meine Mission aus. Ich weiß, dass du kannst. Kann ich? Ich warte, dass ich kann. Ich muss erstmal hier richtig landen.